Bei einem schweren Busunglück in Pakistan kommen mindestens 27 Menschen ums Leben. Sie seien verbrannt, nachdem der Bus mit einem Tanklaster kollidiert ist und beide Feuer fangen. Der Unfall ereignet sich in der Nähe der südlichen Hafenstadt Karachi. Der Bus mit 33 Insassen ist in Angaben zufolge auf dem Weg in die südwestliche Provinz Baluchistan unterwegs gewesen. Die meisten Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Es seien DNA-Tests zur Identifizierung angeordnet worden. Vier Verletzte werden in einem Krankenhaus behandelt. Nähere Details zum Unfallhergang sind zunächst nicht bekannt. Schwere Verkehrsunfälle sind Alltag in Pakistan. Verkehrsregeln werden oft ignoriert und Sicherheitsstandards nicht eingehalten. Zudem sind die Straßen oft miserabel. Laut Statistikbehörde sterben bei Verkehrsunfällen pro Jahr rund 5000 Menschen.